Hallo Leute und herzlich willkommen bei meinem Kanal Felix Wien. Heute habe ich meine Tintenpatrone, einmal Wasser, eine Spitze, eine Glasfolie und einmal einen Becher. Ich werde heute mal die Tintenpatrone spitzen und dann ins Wasser reingeben. Also werde ich sie einmal spitzen. So, hier habe ich die Tinte ein bisschen an. Ich stehe auch einmal ab und kann jetzt auch ziehen, was ich das mache. Oh, Leute. So, die beginnt da zu rennen. Schnell. Ich habe vergessen einen Deckel aufzumachen. Nein, wir müssen ins Wasser. Ah, da will keiner. Die will da jetzt nicht dran. Oh, Leute. Das war 40 volles Wasser. Spitzen wir nochmal. Das Wasser verfärbt sich voll. Oh, Leute. Das war eigentlich ganz so nicht geplant. Aber ich bin jetzt voll blau. Und hier ist das Wasser. Lecker. Und Leute, ich werde es nicht kosten. Ich schreibe mal den Deckel auf. Ich würde am liebsten gerne mal mit meinem schmutzigen Finger bei der Kamera ankommen. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Nein, lass öffnen. Und da reinfüllen. Oh, Mann. Lecker, lecker. Lecker. Oh, Mann. Sonst ist es eh gut in der Kamera. Und ich will noch angeben. Wo bin ich gerade dabei? Gib dem Video. Ja, also. Vergiss auf jeden Fall nicht den Kanal zu abonnieren. Gib auf jeden Fall einen Video mit einem Daumen nach oben. Und ich werde da jetzt mal etwas ausprobieren. Hier. Haben wir gerade so eine kleine Schüssel gemacht. Oh, es sieht voll geil aus. Oh, nein. Oh, es sieht voll cool aus. Bäh. Noch auf der Hand. Hier, Leute. Abonniert meinen Kanal Felix Wien. Schaut euch jedes Video an. Und ja. Werde jetzt die Sauerei weg macht. Und Tschüss. Tschüss.